Vienna Block Nummer 11 oder so. Welche Block Nummer? 11. Wir haben uns hier ein bisschen was bei Louis gekauft. Dankeschön. Danke, ganz viel Spaß. Ciao, ciao, danke. Ein bisschen was gegönnt. Was hast du hier gegönnt, Bruder? Ich hab mir einen Garten gegönnt, Bruder. Ich hab eine Sucht gefangen. Ich hab zur Kontrolle. Ich hab nichts gemacht. Ich hab hier ein paar Filmen. Ganz, ganz bodenständig, vernünftig. Wir sind keine 30, 40.000 Euro weggegangen. Ein paar Filmen. Ein paar Filmen. Wie viele bin ich fragen? Keine Ahnung. Ich bin nicht gegangen zu Prada. Jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt zu Prada, da findet man immer irgendwo, wo man sinnlos sein Geld hat. Bruder, Spinnen. Ich hab Schuhe gefunden, die ich wohne. Die sind nicht so anziehen. Nur schlagen. Nein. Was sagst du? Voll? Nein. Da ist Cola. Nein. 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 Sehr schön. Ich danke. Danke auch. Der CEO im Shopping-Modus. Der hat das so als Kuh unter dem Shopping-Modus hier. Warum machst du ein Foto mit ihm, wenn du nicht weißt, wer er ist? Weil er sympathisch ausschaut. Irgendwie taucht er. Irgendwie gefällt er mir. Aber... Als allererstes. Grüß dich dem Bruder, Bruder, Bruder. Wir haben uns gar nicht gesehen. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Alles geht. Alles geht. Alles geht. Erste Appell, Bruder. Alles geht. Erste Appell, Bruder, Bruder. Was geht, Schicke? Komm mal. Heute kannst du schön hier. Aufstehen. Oh. Boah. Was geht ab, Bruder, Hensi? Ganz vorne mit dabei. Nein. Erste Reihe. Erste Reihe, Bruder. Schreibt es sich an. Ciao, Bruder. Hallo, Blog. Wir sind in Wien. Ich und der Checker sind die Biertester der Nation. Und heute präsentieren wir euch Put-in-Gamma. Ich würde ihm eine 9 von 10 geben. Das ist sehr gut. Das ist eine solide 6 von 10. Das ist scheiße. Wieder Döner von heute, ja? Wieder Döner von heute. Ja. Put-in-Gamma. Also kann heute nichts schicken, die ein Bier schmeckt. Die Leute sind da. Ich habe schon gesehen. Sehr viele hübsche junge Damen sind auch schon hier. Wir trinken heute ein paar Put-in-Gamma. Danach geht's zurück in die Hundekammer. Der DJ Sonja. Bitte nicht stören bei mir. Guten Bruder. Danke. Kihanush! Kihanush! Okay. Du suchst immer den Merch. Den Merch-Stand. Bei Ozzy und Sherwin. Ja. Aber erstmal esse ich diese wundervollen Bären. Weißt du wie die heißen? Blaubeeren. So gesund. Ich mache so richtige Dings. Na, der fällt runter. Lecker. Ich bin heute sehr chillig gepressed. Die neuesten Jones habe ich gehört. Die sollen irgendwie angesagt sein oder so. Ich wusste es gar nicht. Diese Brille ist die BIG Notorious BIG Brille. Fand ich sehr geil. Mir ist in dem Moment auch egal welche Marke das ist. Es war nun mal diese Marke. Aber ich finde die geil. Tasche hier. Diese Marke. Kennst du diese Marke? Ja Bruder. Ich trage sie, weil mein Sohn davon eine Mütze hat. Dann habe ich das gesehen und dann habe ich an meinen Sohn gedacht. Deswegen habe ich mir die geholt. Marke interessiert mich nicht. Dieses T-Shirt kostet 2,99 Euro. Es geht nur darum, wie du es rockst. Ich verleihe diese 2,99 Euro einen Wert. So wie eins. Und wenn du... Kriegst du auch heute mal einen? Schuhe. Sacher-Torte, Bruder? Das ist bekannt. Sacher-Torte. Du meinst sowieso alles. Bruder. Hallo. Hallo. Dann ist die Argenie. Das ist nur eine verspätete Beständigung. Panta kannst du auch dazu kriegen. Geil. Dann ein Jordan und ein Sohn. Du schaffst das nicht. Fynn hafst du auch nicht. Wir sind so dank. Was ist das? Ich darf nicht nach participants singen. WOL Health echte Second Sora. Und wenn dieinte интерs ist ironische Technik, Es ist seit 10. Ich liebe euch trotzdem. Zu welcher Seite entscheidest du dich? Wirst du nach links oder nach rechts? Du entscheidest. Wirst du nach links oder nach rechts? Hier oder da? Da geht es. Dann musst du auf dieser Seite. Was soll das denn, ja? Eins, zwei, drei! Unsere Seite auf drei. Einmal demonstrieren, wie laut wir sind. Eins, zwei, drei! Nein! Welches Michael Janks würde ich jetzt kriegen? Ich finde, mir geht's. Lasst euch niemanden schweigen. Auf drei. Alle, beide Seiten, wie weitert. Einmal rein, einfach. Ich werde laufen. Eins, zwei, drei! Musik So, der Abend neigt sich dem Ende zu. Wir treiben in die Nacht von Wien Richtung Stuttgart. Morgen ist Freitag, der 27.05., wenn ich mich nicht irre. Ein wichtiger Tag, ein historischer Tag, der Life is Pain spielt in Witzemann. Ausverkauft und ja, es war sehr nice heute, würde ich sagen. Es war sehr warm, sehr hitzig. Das ist Varius, er macht das Licht, verstehst du? Da ist Tom, er macht den Sound und ich bin PA. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bandplay. Drück auf, we cut, we burn, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, über ein flat rate. Der Sugar Tong ist voll mit Money Stacks, ey. Wir haben besorgen, sure, die Life is Fancy.